Grüß Sie, liebe Zuschauer, ja heute besuche ich in Onkel Leopold, der lebt schon jahrhundertelang in dem wunderschönen Haus. Servus, bei dir Onkel. Hast du mir ein duppler Ruden mitgebracht, Neffe? Servus, freilich. Levant, dein Rudwein ist mein Liebenselixier. Das war sehr dumm. Komm, einer Neffe, was uns glaubt der Hausmeister, ich bin ein Vampir. Der soll scheißen gehen, der würde wechseln. Volle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017